Na, was haben wir denn diesmal in der Prüfung? Was gibt's noch? Pass auf, Ralter! Ich verbrauch nicht aufpassen, wenn man Idioten hat, die in die Axt springen. Ist da nicht grad einer? Oh, egal. Also wenn die so langsam hier spawnen, wird das ne halbe Ewigkeit dauern. In der Rechten, Bruder! Hat er mich gestern gehabt nicht hin? Warum kriege ich diese andere Haltung nicht hin? Ich kriege die andere Haltung nicht hin. Normalerweise wird dann ganz kurz der Kontroll, aber jetzt gerade passiert es nicht. Ist das daran, weil meine Frostkraft da gerade irgendwie voll ist? Ach, jetzt, äh... Wait, what? Ja, hier! Meine Güte! Ich geh mal nicht so viel rum! Hey, glaub, da wird der ganze Eile hier dauern. Ich hoffe mal sehr, da kommen noch irgendwie... 50 kleine Gegner, die in kürzester Zeit sterben oder so. Sonst werde ich hier wirklich ne halbe Ewigkeit benötigen. Ach, okay, ich darf dann gar nichts machen mehr. Dann hab ich die andere Haltung. Ja. Ich darf wirklich erstmal dann gar nichts mehr machen. Dann kriege ich die andere Haltung hin, ohne Probleme. Da muss ich gar nichts drücken. Ich muss noch nicht mal Timing haben. Das einzige, wohnen Timing ist, ist vielleicht das hier. Äh, das war das falsche. Oh ja, klar, jetzt auch noch so ein fetter mit ner Rüstung. Sag mal, wo sind wir denn hier? Ist das nicht hier gewesen, wenn das aufblitzt, dass ich dann... Na, genau, da meine ich ja. Das ist vielleicht das einzige, was mit dem Timing ist. Ja, und wie kriege ich den Dicken da aus seiner Rüstung raus? Ist das ein Problem, in dem ich mich dann irgendwann nächstes Jahr kümmern kann? Oder muss ich das jetzt noch irgendwas machen? Wo ist denn der Dicke? Da! Ja, da! Kann doch nicht! Wo ist denn da? Da! 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 Oh, der hat keine Rüstung mehr. Das ist so ein Moment, wo ich mir echt so ein bisschen denke, sollte ich hier vielleicht wirklich lieber mit einer komplett anderen Ausrüstung hier hinkommen, damit ich diese ganzen Gegner innerhalb kürzester Zeit auseinander kloppen könnte. Weil die spawnen wirklich verdammt langsam und du hast hier teilweise Gegner, die auch gar nicht, wenn ich aushalte. So, den kann ich durch die Gegend werfen. Schau! Stimmt, warte mal, bei denen macht es ja eigentlich nur Sinn. Ja, nee, ist klar, weißt du? Bei denen macht es ja eigentlich nur Sinn, wenn ich die dann betäube, damit ich die dann durch die Gegend werfe. Ausgesetzt, ich kriege die irgendwann betäubt. Ich glaube, bevor ich sie betäube, habe ich sie schon mit Geld. Was? Wie kannst du blocken? Wie kannst du, obwohl ich dich so sehr angegriffen habe, dass du irgendwo noch blocken? Ja, ich bin nicht so weit weg. Ja, jetzt brauche ich den auch nicht mehr da in seinem betäubten Zustand. Brauche ich dann zwar nicht mehr so angreifen, aber whatever. 79 Gegner. Ja, okay, 78 Gegner noch. Können dann nicht mal irgendwie so 50 kleine Gegner kommen, die sehr schnell weg sind? Das macht so keinen Spaß. Das ist so langweilig. Aber den habe ich jetzt aber gar nicht bemerkt. Hi. Was hat das denn gerade? Irgendwie kriege ich hier gerade unangenehm viel Schaden. Nicht unbedingt, Mimir. Es wäre schön, wenn ich etwas Gesundheit kriegen würde. Hi. Wie geht's euch denn, wandelnden Lagerfeuern denn? Das ist so langweilig. was war das denn jetzt gerade davon der seite ja danke dass du deinen flammenscheiß da auf mich geballert hast das ist echt super der explodiert glaube ich gleich oder irgendwas ähnliches zumindest ich könnte langsam mal gesundheit irgendwie gebrauchen gesundheit jetzt am besten jetzt auf warten habe ich keinen bock und er ist betäubt ich habe keine droger hier ne quatsch keine alben ich tue mal ganz kurz was ändern okay hat da kein sinn gemacht da war nicht wirklich was nützliches drin du hast so ein eis typi aber die axt hat trotzdem schaden gemacht ich bin jetzt ein bisschen verwundet wo kommt der noch einmal so schnell angewandt her ja komm schießt doch traust dich wohl nicht ne okay der übertreibt jetzt mal voll nicht alter geht's noch was spiele ich denn hier gerade dazu ist oder was okay habe ich jetzt dieser heilungssteil irgendwie am leben gehalten ich bin mir nicht sicher ich will da gar nicht erst nahe kommen oh nein 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 Oh, nein, 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 nein. Hau ab! Lass mich in Ruhe! Lass mich einfach in Ruhe, ja? Hab ich das, das hab ich erwischt. Durch die Wand? Naja, lass mich in Ruhe! Äh! Alter! Warum rennt mir dann jeder hinterher? Sag mal, hab ich einen Magneten im Arsch oder was? Weißt du, ständig habe ich irgendwelche Traurer, die einfach Arterios irgendwie aus irgendeinem Grund hinterher rennen. Jetzt habe ich plötzlich diese dicken Rüstungen, die auf einmal plötzlich mich als Hauptgegner sehen. Naja, lass mich in Ruhe! Vorsicht! Ich versuche gerade einfach nur irgendwie zu überleben. Ach, Trifos, kannst du endlich mal irgendwie mal hier so langsam, ne, hier Gesundheitsstein und so? Das ist echt nett zu sehen, dass vor allen Dingen diese komische Explosion auch sogar den Gegner hier trifft. Ich brauche mehr Zeit! Ciao! Gott, er gefasst! Ah! Ah! Hinter dir, Bruder! Ah, Trifos, jetzt steh endlich mal auf! Mach hier nicht Urlaub! Ah, jetzt haut er seine Explosion wieder raus. Ja, danke! Das hat mich leider erwischt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Schaden gemacht hat, aber ich hoffe nochmal nicht. Oh, der hat seine Rüstung weg! Der andere auch! Einer ist weg! Der andere auch! Einer ist weg! Hier sind doch ein paar mehr für dich! Ah, und schon wieder keine normalen Gegner. Ja komm, werft euren Scheiß! Oh, hi! Oh Gott, der ist betäubt! Der ist betäubt! Der ist betäubt! Der ist betäubt! Ah, verdammt! Leider sind wir hier! Oh, verdammt! Die Axtwultig kann ich werfen! Ja, danke, dass du auch dein scheiß feuriges Geschnoddere mal durch die Gegend werbst. Ja. Da bin ich gerade ein bisschen zu unvorsichtig. Der ist schön in die Lava gefallen, ja geil. Wie kann eigentlich einer, der am Brennen ist und offenbar irgendwie zum Teil aus Lava bestellt, eigentlich in Lava sterben? Oh, ähm. Das sind Dinge, die irgendwie sehr merkwürdig sind. Wie als würde ein Eis-Elementar durch Eis sterben. Was gar keinen Sinn ergibt. Ha, der hat keine Gesundheit fallen lassen. 54 Gegner noch. Oh Mann, das dauert je eine halbe Ewigkeit. Wat? Hat er mich jetzt erwischt? Macht ja gar keinen Schaden damit. Er scheint gar keinen Schaden damit zu machen. Ja okay, ich block gerade auch. Oh, Instant Kill. Ja, sehr nice. Du kannst schön in die Lava reinfliegen, wenn's geht, ja? Ja, danke. Hoffentlich ist es schön warm da unten. Ah, hi. Was? Oh, zwei. Drei. Ja, was kommt denn gleich noch? Ein vierter oder was? Ich bezweifle sehr, dass der ja gerade mit einem Feuerball geworfen hat. Denn das war eindeutig ein verdammter Felsen. Komm, steig auf. Dann kann ich auch noch die anderen beiden mit dem hier auseinandernehmen. Oder zumindest ein bisschen schädigen. Kann ich dich vielleicht sogar runterwerfen? Ach, leider nicht. Aber dafür ist es anliegen, der Teufel. Ja, sehr nice. Pass auf, Vater! Nein, ich passe nicht auf. Ich nehme mir gleich den nächsten Rett. Wir sind hier gerade auf dem Ponyhof, ja? Aber hier reitet man keine Ponys. Hier reitet man Oga. Oh. Oder gib dem Oga mal kurz ne Zahn-OP. Ja, gut. Ja, du leg dich auch mal hin, ja? Oh, Leute, jetzt ist er mit heute. Und da geht der down. Aber niemand lässt von denen Loot über. Nicht mal bis zum Teilsteine. Hab'n Mist. Und 45 gehe ich noch. Oh, Mann. Ich kommen auch mehr. Ja. Bo bağ Sta. Boah. 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 Ach. Ach. Ber всем. Ander. Ar con Mach. multo OP. Das war gerade irgendwie eine ziemlich einfache Bälle, wa? Ja, man, das sind jetzt irgendwie die ganz normalen 015 Draugern, die irgendwie gar nichts können. Und auch nicht irgendwie viel aushalten. Finde ich zur Abwechslung mal gut, vor allen Dingen, weil ich dann nämlich ein bisschen Rage bekomme, umsonst und vor allen Dingen keine Gesundheit verlieren. Rausgesetzt, ich lasse mich nicht einfach so treffen. Die Tortur ist bald durch. Was, hinter mir? Hey. Hat er jetzt hinter mir gewesen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, danke für die flammende Scheiße. Ja, okay. Fallt alle schön in die Lava. Hahaha. Verdammt, die Rage deaktivieren benötigt auch nochmal anscheinend Rage. Wie mies ist das denn? Ich brauche irgendetwas, um meine Rage irgendwie schneller aufzuladen. Gibt's da was? Vielleicht sogar von Ratio fahren. Okay. Ja, aber ich hoffe mal sehr, dass da irgendwie was gibt. Wäre ganz nice. Ich muss sie gerade wieder hinten im Auge behalten. Jetzt werft er. Könnt ihr auch mal eben fliegen. Na, schade. Nur einer ist geflogen. Ist irgendwer von euch betäubt? Oder kurz davor? Wer da? Ja, ich mach ja schon. Ja. Fliegst du bitte, fliegst du bitte, fliegst du bitte, fliegst du. Wieso bist du nicht geflogen? Oh, ich bin so. Haha. Oh, klar. Wer hat denn da jetzt gerade was gebrochen? Ich bin doch nicht vorbei. Ich mag nicht gerade, was hier gerade passiert. Atrios. Ähm. Kannst du mal so einen Waldmeisterstein werfen? Ich brauche dringend Gesundheit. Ja, sehr sogar. Ich kann doch nicht. Ja, ich halte den Stein. Danke. Aber der eine hat mich eigentlich gerade getroffen, weswegen ich eigentlich gestorben wäre. Aber allenentscheinend habe ich wohl gerade ein paar I-Frames gehabt. Ich habe mich gerade getroffen. Oh, verdammt, nein. Habe ich gerade gedacht, ja, geil, da habe ich mal ein bisschen wieder mehr Gesundheit und ein bisschen Rage voll, die wieder voll, aber nein, jetzt kommt dann wieder der Dicke mit seinem Hammer und haut mich wieder fast tot. Oh Gott, 20 Gegner noch und jetzt kriege ich auch noch so einen dämlichen Troll. Oh nein, auch noch der da. Kannst du bitte den da schnell betäuben? Ich muss den hier schnell betäuben. Ja, der ist betäubt. Jetzt kann ich ihn ausnutzen, um den Decken da hinten irgendwie so ein bisschen zu schädigen oder vielleicht sogar zu killen. Oh, der ist fast tot. Nein. Nein. Rage ist zwar schön und nett, aber das brauche ich nicht. Oh, okay, der hat mich, glaube ich, erlischt. Du und ein Hulksmash hier, ey. Ich reite dich noch mal ein bisschen schön ein, bevor es dann in den Torn geht, ne? Ich habe gerade das Gefühl, dass die letzten Gegner irgendwie die härtesten sein werden. Ja, danke, Andreas. Ich denke da auch mal so ein bisschen nicht. Ich kriege neu hin. Okay. Das hätte jetzt ordentlich nach hinten losgehen können. Was kommt jetzt? Scheint jetzt nichts Schwieriges zu sein. Ich gehe lieber nicht in die Richtung. Okay, nee, lieber nicht. Hier sind mir gerade zu viele Gegner, die irgendeine Scheiße durch die Gegend werfen. Ich weiß nicht, ich will zwar die ganze Zeit irgendwas sagen, weißt du, aber teils auch, weil ich so wenig Gesundheit habe, will ich lieber mich konzentrieren. Okay, der ist weg. Ah, Andreas, kannst du langsam mal Hähne machen. Ich brauche Gesundheit. Ach, klar. Weicht auch noch schön aus. Okay. Und schon wieder so ein Dicker. Ich brauche noch mehr Zeit. Danke. Alter, warum ist dieser dämliche Typ mit seiner Fremdenrüstung so hyperaggressiv sein? Das ist doch nicht normal. Warum ist der Sohro drauf? Er hat denn eigentlich in zwei Müsli geschissen, dass er so ohne Nauna hat. Ciao. Ich muss weg. Ich würde gerne mal wissen, ob es eigentlich auch irgendeine Rune gibt, um den Schaden von irgendwelchen Draugern so ein bisschen zu verringern. Sieben, geh ich da nur noch. Sieben, geh ich da nur noch. 6. Gott, dass der immer so anrasen hier einmuss. Die nervigsten Gegner, die Typen da in der fetten Rüstung. Nerv nicht mehr. Ja, das wollte ich eigentlich nicht jetzt benutzen, aber auch nicht bei dir. Oh, drei Gegner sehe ich gerade. Okay, ich sollte erstmal die Kleinen hier loswerden. Nicht, dass die mich dann plötzlich in die Scheiße einhalten. Schön, vorsichtig spielen. Okay. Der hat seine Rüstung weg. Oh, warte mal, ich sollte trotzdem vorsichtig sein. Danke, das ist sehr nice von dir. Oh, mein Nacken gerade voll. Allerdings, der tut so weh. Ist doch nicht dein Ernst. Die wievielte Prüfung war das jetzt eigentlich gerade? Die vierte, glaube ich, noch, ne? Das war gerade nur die vierte Prüfung. Und dann auch nur das erste Level. Oder, nein, das war, glaube ich... Das ist die vierte... Doch, das ist die vierte Prüfung. Oder ist das die fünfte? Ich habe leider vergessen zu zählen. Oh, nee, was haben wir denn jetzt? Oh, nee, was haben wir denn jetzt? Die vierte Prüfung war das jetzt graduate. Oder ist das einfach der Günter WanOOD?